Irgendwie hätte man den Mädels doch eine richtig feuchtfröhliche Meisterparty gewünscht. Doch aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Denn die SG Ladies haben in dieser Saison noch ein bisschen was vor. Ende Mai steht das Olymp Final Four in der heimischen Egetrans Arena an. Und bereits am Sonntag kommt der russische Meister Rostov Don zum EHF Cup-Finalhinspiel in die MAP Arena. Und wer die SG Ladies kennt, der weiß, dass der Titelhunger der Mädels noch lange nicht gestillt ist. Nein, auf keinen Fall. Also wir haben noch zwei Chancen, zwei Pokale zu gewinnen. Und da wollen wir auf jeden Fall alles geben. Deswegen ist die Meisterfeier leider etwas kürzer und kleiner ausgefallen, als sie es vielleicht verdient hätte. Aber das holen wir nach. Ich glaube, wir wollen die Saison auch gerne zu Null beenden. Also Druck gibt es immer noch. Und wir haben noch zwei wichtige Sachen zu erledigen. In der Gruppenphase gab es zu Hause eine 20 zu 23 und auswärts eine deutliche 24 zu 34 Niederlage gegen Rostov. Zwei Spiele, aus denen die Mädels aber einiges gelernt haben. Ja, es wird hart. Es ist eine super Truppe. Ich glaube, da sind wir schon ein bisschen den Untertag. Aber wir können eigentlich nur gewinnen, weil besser das letzte Mal geht es auf jeden Fall. Und ja, wir schauen einfach mal. Allgemein habe ich sehr, sehr viele Wiede geguckt von diesem Gegner. Und er hat auch klar die Stärke gesehen, aber auch Punkte, wo ich denke, das sind sie nicht so stark. Die SG Ladies gehen sicherlich als Außenseiter ins Spiel. Doch das war das Team von Martin Albertsen eigentlich auch schon im Viertelfinale gegen Kuban Grasnodder, das mit fünf Olympiasiegerinnen stark besetzt war. Wir haben in den letzten Spielen gerade in Ludwigsburg gesehen, gegen Kuban und auch gegen Nyköping, dass das Publikum noch unheimlich viel beteiligt ist. Und wenn da eine geile Stimmung ist, dass uns das natürlich auf dem Spielfeld auch beflügelt. Und ich denke, dass wir das auch gerade in diesen beiden Spielen gezeigt haben und dort mit deutlichen Siegen natürlich den Grundstein für das Rückspiel gelegt haben. Und so hoffen wir natürlich, dass es auch diesmal läuft. Deutlich über 3000 Zuschauer werden am Sonntagspätnachmittag in der MAP-Arena erwartet. Wer den frisch gebackenen deutschen Handballmeister in der Außenseiterrolle gegen Rostov anfeuern will, Tickets gibt es noch an der Tageskasse.